Tagchen Freunde, herzlich willkommen zu Alunken TV, ein Berliner auf Abwingen, Harry hier wieder für euch. So, kurze Geschichte vorneweg, ich bin letztens erkannt worden auf der Straße, schreit einer rüber, ey Harry, erzähl doch mal einen Witz, guck ich ihn an, schreit zurück, wenn du Klitschko triffst, sagst du auch nicht, ey Vitali, hau mir in die Fresse, oder was. Ja, so, aber es ist auch nicht immer ganz so schön, wenn man irgendwie erkannt wird. Jetzt kommen ganz viele Leute und sagen, ja, hier, mach doch mal Werbung für uns und schalte ein bisschen Werbung, okay, auf deinem YouTube-Channel, aber auch von dem ganzen Commerz-Scheiß will ich immer nichts wissen, sage ich den Leuten auch, aber darauf habe ich einfach keinen Bock. Hans, wollten sie mich letztens, wollten sie mich mit Prostitution ködern, also wollten Prostituierte für mich bezahlen, aber auch da bin ich stark geblieben, ne. Stark wie das neue Wand- und Bohnen-Fliesenreinigungsmittel von Oxygen, neu im Vorteilspack 2,5 Liter in Aprilfisch, Frühlingsfrisch und neu Sommerbrise. Ah, so, arbeitet hoch. Ja, Freunde, kommen wir zum Witz. Heute ist nicht Freitag, ich weiß, aber weil ihr so lange nichts gehört habt, gibt es auch heute schon einen Witz. Und zwar ist eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter, sind im Schwimmbad, stehen unter der Dusche und da sagt die kleine Tochter, Mama, was hast du da? Sagt die Mama, das ist eine Vagina. Hm, dann habe ich ja ein Vaginchen. Ja, das kann man durchaus so sagen. Und Oma hat einen Waggon. Also, Freunde, ich wünsche euch was, haut rein, habt noch einen schönen Tag, wa? Bis dann.